Hi und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Functional Basics. Ich freue mich, dass du wieder eingeschalten hast und falls du das allererste Mal hier auf meinem YouTube-Kanal sein solltest oder in meinen Podcast reinhörst, fühle dich herzlich willkommen. Mein Name ist Carsten Wölfling, ich bin der Gründer von Functional Basics, deiner Basis für natürliche, eigenverantwortliche und artgerechte Gesundheit, mehr Performance und Happiness in deinem Leben. Hier schauen wir über den Tellerrand deiner Gesundheit und ich interviewe unter anderem tolle Experten, um dir Impressionen, Impulse und Erfahrungen an die Hand zu geben, um zum einen einmal, falls deine Gesundheit in irgendeiner Form beeinträchtigt ist, diese wiederherzustellen, zu erhalten und wenn möglich, bestmöglich noch zu optimieren. In dieser Episode geht es um das Thema Bewegung. Ich interviewe Christiane Figura zu dem Thema, was verbirgt sich hinter dem Bewegungskonzept NIM und wie kannst du davon profitieren? Christiane ist unter anderem natürlich einmal die Entwicklerin und Ausbilderin und Trainerin für NIM. Sie beschäftigt sich mit Pilates, Spiraldynamik, Faszien, Reha und Präventionssport. Sie hat ein eigenes Studio seit 2009, wo sie Small Groups und Personal Training gibt. Und sie ist die Autorin des Buches Beweglich wie ein Kind. Sie schreibt Fachartikel für verschiedene Trainermagazine, wie auch Leistungslust. Und Bewegung ist essentiell. Das haben wir in einigen Episoden jetzt schon mal thematisiert. Und in dieser Episode spreche ich über Themen wie Spiraldynamik, Faszien, Ontogenese, frühkindliche Entwicklung und wie das Christiane alles in einem Konzept optimal vereint. Wenn du mehr zu dem Thema nimm, zu der Ausbildung, wo kannst du das trainieren? Was hast du davon? Mehr davon erfahren möchtest? Auch Videos von Christiane? Dann schau bitte in die Shownotes und in die Videobox. Auf meiner Seite www.function-basics.de slash christiane-figura-nim findest du noch mehr Impressionen und Links für mehr Informationen. Wenn du dich für Gesundheit, mehr Performance, Happiness, wie du dein eigenes Potenzial entfaltest oder dich besser mit Stress lernst umzugehen, darüber mehr erfahren möchtest, deine Basis für Langlebigkeit kreieren möchtest, dann schau gerne weiter auf meine Homepage www.function-basics.de weil dort findest du unter anderem meinen kostenfreien Functional Basics Guide, wo über 20 Stunden Inhalte aus Interviews, Materialien aus der Funktionalmedizin, aus der Klinik, Psychoneuromologie, aus dem systemischen Coaching ich dir an die Hand gebe, um schon mal dein Fundament, deine Basis für mehr Gesundheit zu kreieren. Schau in die Shownotes und dann findest du dort mehr. Wenn dir die Episode gefällt, dann teile diese gerne. Ich stehe für Gesundheit ist für alle da. Diese Bewegung Gesundheit ist für alle da habe ich 2012 ins Leben gerufen. Darunter laufen verschiedene Projekte. Auch die findest du auf meiner Homepage. Ich freue mich, dass du eingeschalten hast. Und wenn dir die Episode gefällt, teile sie, abonniere meinen Kanal und schreib mir vielleicht auf eine Bewertung bei iTunes. Ich wünsche viel Spaß bei dem Interview mit Christiane Figura. Bis gleich, dein Carsten. Herzlich Willkommen bei dem Podcast von Functional Basics. Deiner Basis für natürliche, artgerechte Gesundheit, mehr Lebensqualität, Happiness und Performance in deinem Leben. Gehe mit mir, Carsten Wölfling, Coach und Speaker, Gründer von Functional Basics und dem Health Meeting, dem Biotop für mehr Vitalität, auf den Grund. Und schau mit über den Tellerrand der Gesundheit. Warum? Gesundheit ist für alle da. Herzlich Willkommen wieder beim Podcast von Functional Basics. Ich freue mich, dass ich heute Christiane Figura in meinem Podcast habe. Grüß dich, Christiane. Hallo, schön dich zu sehen, Carsten. Danke für die Einladung. Ich bin tatsächlich über ein Buch auf dich aufmerksam geworden. Wir haben ja im Vorfeld schon mal telefoniert und haben sogar gemerkt, dass wir einige Fortbildungen eventuell, mehr nicht örtlich, zeitgleich, aber ähnliche Fortbildungen besucht haben. Und unser Thema ist ja heute, was verbirgt sich hinter dem Bewegungskonzept NIMM und wie du davon profitieren kannst. Ich habe dich im Vorfeld schon mal ein bisschen vorgestellt im Intro. Kannst du dich den Zuschauern und Zuhörern noch mal etwas ausführlicher vorstellen? Wie bist du zu dem Bewegungskonzept gekommen? Und was sind deine Hintergründe? Gab es da Schlüsselmomente, wo du sagst, jetzt aber erst Bewegung, jetzt geht es rund. Ja, klar. Also es ist immer blöd, finde ich, wenn man ein Konzept entwickelt, weil man eine Krankengeschichte hat. Aber oft ist das eben so. Und ich sage mal, der Körper wird nicht von ungefähr krank. Das darf man dann eben auch erkennen. Und meine Geschichte startet eben tatsächlich dort, wo ich im Alter von 30 Jahren mehrere Bandscheibenvorfälle in der Hals- und Lendenwirbelsäule hatte. Und ich bin eben nicht die typische Bandscheibenvorfallkandidatin, übergewichtig und sportlich etc., was man dann immer so denkt. Ich war immer sehr, sehr sportlich und musste einfach erkennen, da ist wohl eine Menge bei mir schiefgelaufen. Und ich musste dann damals einfach eine Entscheidung treffen, bin ich offen für Veränderung oder mache ich so weiter wie bisher? Und da war mir ganz schnell klar, nee, das geht nicht. Das hat mein Körper mir gerade ganz deutlich gezeigt. Und ich musste erst mal schauen, in welche Richtung geht denn mein Weg. Und ich habe damals mich für die Pilates-Methode interessiert und war da von Anfang an auch sehr geflasht. Ich komme aus dem klassischen Tanz, muss ich vielleicht noch mal hinzufügen. Und wir Tänzer, wir denken immer, wir kennen unseren Körper super. Wir wissen, wie es geht, wir verstehen uns und wir spüren genau, was uns gut tut. Und wenn man dann durch Bandscheibenvorfälle oder andere Krankheiten dann mal so richtig körperlich ausgenockt wird, dann wird einem klar, dass man eigentlich mit seinem Körper gar nicht so ein tolles Team ist. Und die Pilates-Methode, die war für mich damals wirklich so richtig klasse, weil der Trainer ganz deutlich mir gesagt hat, wo kommt was hin, an welche Stelle in meinem Körper gehört welches Gelenk, wie genau. Also diese wirklich exakte Beschreibung von Bewegung war für mich damals genau das Richtige. Das heißt, ich konnte meinen Kopf abgeben und konnte tatsächlich ins Körpergespür kommen. Und ich habe dann gleich relativ schnell auch mehrere Pilates-Ausbildungen gemacht, noch eine große. Und ich war bei Pilates Body Motion, die über zwei Jahre geht und auch wirklich sehr, sehr viel Wissen vermittelt. Und ich war schon als Kindertanzlehrerin aktiv, hatte verschiedene Lizenzen im Reha-Sport, im Präventionssport und so gemacht. So wie wahrscheinlich viele Trainer auch starten. Und habe dann relativ schnell auch angefangen, Pilates zu unterrichten. Und habe 2009 dann tatsächlich, bin ich aus dem damaligen Sportverein hier im Ort bei uns ausgestiegen und habe ein eigenes Studio aufgebaut. Und habe nur Pilates unterrichtet, wobei ich das nur nicht wertend meine. Und dann, ja, kamen dann verschiedene Ausbildungen dazu, über 2002 Faszien, Spiral-Dynamik. Ich habe mich immer weiter gebildet und mit Bewegung beschäftigt. Also das liegt einfach auch, denke ich, noch so in meiner Tänzernatur. Und habe dann gemerkt, dass Pilates mir nicht ausreicht, dass ich irgendwas vermisst habe. Ich wusste bloß noch nicht so richtig was. Und dann habe ich mich mit Natural Movement beschäftigt von Ervan Lecourt, der damals tatsächlich noch über Corsica geturnt ist und war da total fasziniert von. Also einfach wirklich wieder die Natur für sich nutzen, mal einen Baum hochklettern und habe dann die erschreckende Erfahrung gemacht, das klappt gar nicht so gut mit dem Klettern, wie ich mir das so vorgestellt habe. Das war halt schon das letzte Mal verdammt lang her. Und ja, und habe mich dann weiter damit beschäftigt, was gehört eigentlich zu uns? Was macht uns Menschen aus? Was ist uns in die Wiege gelegt worden? Und ja, und dann bin ich über Natural Movement zur frühkindlichen Motorik gekommen. Natürlich immer wieder zwischendurch auch Functional Training. Da ganz viel geguckt, Personal Trainer, Functional Training gemacht. Und dann irgendwann war es für mich völlig klar, dass so, wie ich Bewegung sinnvoll finde, gibt es das auf dem Sportmarkt nicht. Und habe immer mehr mein Pilates-Training mit anderen neuen Bewegungen gefüttert, die uns mehr in unsere Bewegungsvielfalt der frühkindlichen Motorik zurückbringen. Und da ist dann schließlich 2016 daraus entstanden. So, oh weia, jetzt habe ich ganz weit aufs geholt. Alles gut, aber die Geschichte, du hast ganz viele Sachen gerade erwähnt, wie zum Beispiel Pilates. Darf ich dich fragen, wie du Pilates begegnet bist? Es gibt ja das Matten-Pilates, es gibt das Geräte-Pilates. Also, ich war von Anfang an auf Mathe programmiert, weil ich einfach dieses Puristische dahinter, nur du und dein Körper, das hat mich magisch angezogen. Ich habe dann tatsächlich auch nochmal die Geräteausbildung begonnen, habe mir sogar noch so einen Teil hier ins Studio gestellt, habe dann aber gemerkt, nee, das ist überhaupt nicht meins. Also, ich habe dann 2014 draußen bei uns, wir haben ein großes Grundstück hier, wir wohnen sehr ländlich in Schleswig-Holstein, einen Outdoor-Parcours gebaut. Und das war meins. Mit Hindernissen draußen, Reckstangen, die in den Bäumen hängen, Kletternetzen und so weiter. Und das waren dann meine Geräte, das entsprach mir mehr. Also, ich habe selbst auch Matten-Erfahrung und auch Geräte-Erfahrung beim Pilates, einfach nur als Endverbraucher. Und beides, Pilates, denken halt immer sehr viele, ja, es wird schon nicht so anstrengend sein. Aber hallo. Also, da spürst du deine Muskulatur und das freut mich auch immer, wir als Sportler sind es natürlich gewohnt, auch irgendwo eine gewisse Spannung in irgendeiner Form mal zu haben. Und bei Pilates ist es eine Art Tiefenspannung, die wir so gar nicht kennen. Und sei mal ehrlich, also es freut mich ja sehr, dass du als Karl dich in Pilates probiert hast, aber sei mal ehrlich, das ist auch eine ziemliche Frauendomäne. Ich kann jetzt bloß so sagen, dass ich meistens in einer 1-zu-1-Situation das getestet habe, weil ich dann halt eher sage, okay, ich möchte die Korrektur erfahren, wenn ich da in so einem Kubus oder wie heißt das, im Reformer hänge, dass sich dann halt auch jemand sagt, ich fand da nicht, dass du dich verhängst. Ja, hängst. Ja, okay. Aber ich nehme das auch so wahr, in der Volksschule ist das eher eine Frauendomäne. Ja, und das ist eben auch was, was mich gestört hat, dass es eben viele Bewegungen tatsächlich von Frauen aus so, wie wahrscheinlich auch Männer mich wahrnehmen, wie ich NIMM unterrichte, immer eben so einen gewissen weiblichen Touch hat. Das ist auch okay, das steht uns Frauen auch zu. Aber das ist nicht unbedingt für Männer so einladend zu sagen, ich mache das jetzt auch. Und das hat was damit zu tun, dass du beim Kylates oft auch solche Balletthändchen, sage ich immer dazu, ich meine das gar nicht böse und gestreckte Füße uns so siehst. Und bei NIMM habe ich all sowas mal in Frage gestellt, weil ich wirklich zum Ziel habe, dass jede Bewegung den maximalen Nutzen erfährt. Das heißt, ganz banal, ich strecke den Arm zur Seite aus, dann strecke ich ihn richtig und zwar bis in die Fingerspitzen. Was hat es für eine Berechtigung, jetzt irgendwie die Finger abzuspreizen und eben so ein Händchen da zu machen. Und dadurch ist NIMM also deutlich weniger weiblich. Natürlich sieht es bei mir anders aus, als wenn ein Karl das macht. Das ist nicht einfach in der Natur der Sache. Aber NIMM ist erst mal eben, glaube ich, wirklich nicht weiblich. Also auch für die Jungen da draußen, die gerade zuschauen und zuhören, wir werden auch dort unsere Kraft und unser, was auch immer wir als Männer da gerade im Fokus vielleicht haben, da zur Geltung kommen. Ich weiß noch, als ich Step-Europik gegeben habe, eher notgedrungen. Ich komme eher aus dem Langkantel-Bereich, so was die Hochgeschichte der Historie angeht. Irgendwann gab es da mal diesen Moment, Carsten, unsere Step-Trainerin, die ist schwanger, hast du Lust, den zu vertreten? Und ich hatte im Studium Aerobic. Da dachte ich, okay, ja, so ein V-Step und mal die Ferse anziehen, das kriegst du schon hin. Ey, du glaubst gar nicht, die erste Stunde Step-Aerobic, haben wir eine Stunde Ausfallschritte und Kniebeuge gemacht, weil ich keine Schritte mehr kannte. Und dann habe ich nachts um drei im Wohnheim rumgetippelt. Mein Untermieter hat schon gegen die Decke gehauen. Ich habe gesagt, was macht denn der Wölkling da oben schon wieder? Da war ich immer zwei Schritte den Leuten im Voraus. Die hatten ja Step-Aerobic. Und ich habe dann gesagt, hey, wir haben mal einen Flamingo. Ach, den Flamingo, okay. Und ich war so stolz, dass ich den nachts um drei irgendwann mal auf die Ketten gekriegt habe. Den gibt es bei Nimm übrigens auch, den Flamingo. Das ist aber ein Squat. Okay. Du kennst wahrscheinlich auch den Flamingo aus dem Step-Aerobic. Nee, den kenne ich nicht, muss ich zugeben, ja. Ich gebe mal in mich, ich finde ihn wahrscheinlich noch irgendwo. Step-Aerobic ist ehrlich gesagt noch nicht so mein Unterrichtskonzept gewesen. War jetzt auch nicht meine Glanzparade. Du hast bei Nimm ja einige Sachen jetzt schon erzählt und erwähnt. Lass uns doch erst mal den Namen klären. Ja, das finde ich eine super Idee. Ja, was heißt denn Nimm? Nimm steht für Natural Intelligent Movement. Und das erklärt sich so. Also Natural, da können wir eigentlich ziemlich genau bei der frühkindlichen Ontogenese wieder starten. Da geht es mir genau um diese Bewegungsvielfalt, dieses Bewegungsrepertoire, was uns allen in die Wiege gelegt wurde. Also wenn Baby nach der Geburt auf dem Rücken landet, dann wird es einer gewissen Hierarchie folgend immer die gleichen Bewegungen nacheinander einstudieren, bis es irgendwann aus der, interessanterweise aus der Sumo-Hocke meistens, schließlich als bipedaler, aufrechtgehendes Menschlein ins Leben startet. Und dieses Bewegungsrepertoire, das haben wir alle. Also kann keiner sagen von uns, ich konnte noch nie hocken. Doch, konntest du, sonst wärst du nicht hochgekommen. Und ich habe einfach für mich erkannt, indem ich Menschen beobachtet habe, ich arbeite auch sehr viel mit Senioren, das ist genau, was uns abhanden kommt. Wir können alle nicht mehr hocken. Wir kommen nicht mehr von oben gut nach unten auf den Boden. Und ich habe mich dann ziemlich viel mit Philipp Beach beschäftigt, der tatsächlich, amerikanischer Osteopath, der tatsächlich sich anschaut, wie sich Menschen hinsetzen und wieder aufstehen. Und daraus seine Rückschlüsse zieht, warum sie zum Beispiel Schulterprobleme haben. Und da habe ich gedacht, das fand ich total genial. Und ich habe gedacht, ja, und genau so ist es nämlich. Also ich lasse auch bei mir im Personal Training Leute erstmal aus dem Stand sich irgendwie hinsetzen und gucke, wie sie das machen. Und dann weiß ich auch eine Menge. Und also das mal so zu dem Part Natural. Da geht es wirklich um unsere natürliche Bewegung. Und wie wir die wiederbekommen, da kommt das Intelligent ins Spiel. Weil wenn du jetzt sagst, okay, dann machen wir das halt alles wieder, was wir vielleicht im Laufe unseres Lebens vergessen haben, dann nehmen wir unsere mittlerweile negativen Bewegungsmuster mit. Also jeder von uns, glaube ich, muss gestehen, irgendwo in seinem Körper hat er eine vielleicht nicht ganz optimale Haltungsgewohnheit. Also ob du jetzt die Schultern hochziehst und das typische kyphotische Buckelchen machst. Ach, weißt du, wovon ich rede. Was auch immer. So, und wenn wir jetzt in natürlich Bewegung wieder gehen und sagen, okay, dann krabbeln wir halt wieder, dann würden wir das alles mitnehmen. Und würden uns wundern, dass uns der Nacken noch mehr verspannt und die Schultergelenke noch mehr wehtun. Und deswegen habe ich gesagt, wir brauchen eine ganz klare, systematische Anleitung. Und das sind, wenn du so magst, die drei inhaltlichen Säulen von dem. Und das ist einmal die Pilates-Methode, die Faszienwissenschaft und die Spiraldynamik. Und die drei ergänzen sich perfekt. Und das läuft für mich unter dem Thema Alignment. Also wirklich die korrekte strukturelle Ausrichtung unseres Körpers, so wie er gemäß seiner Anatomie gedacht ist. Und das ist Alignment, das ist also auch das erste NIM-Prinzip. Das zweite ist dann die Atmung und das dritte ist die Kormuskulatur. Und die gehören alle drei zusammen. Und damit mit diesem inhaltlichen Konzept gehen wir bei NIM in jede Übung rein. Und dann, das M steht natürlich für Movement. Und da sage ich, alle Bewegungen gibt es schon, alle sind da. Ich maße mir nicht an zu sagen, ich habe mir den Hip-Opener oder die eine von den 52 Übungen, die es gibt, ausgedacht. Aber ich habe das, was ich an Bewegung kannte, gefunden habe, verfeinert. Und zwar so, dass möglichst jede Bewegung den maximalen Nutzen hat. Und wenn du so mal Bewegung tatsächlich dir anschaust und in die Waagschale legst und dir feste Formenst, du machst nichts, was überflüssig ist. Selbst wenn du aus der Hocke in einen Vierfüßverstand krabbelst, was jetzt eine ganz normale Transition ist, um von einer Position in die nächste zu kommen, kannst du dieses Krabbeln nach vorne ja auch wieder optimal für dich nutzen. Und so kommst du dann dahin, dass du tatsächlich bei einem, vielleicht nur zehn Minuten trainierst, aber in diesen zehn Minuten unglaublich viel für dich getan hast. Wenn du das mal einfach so jeder Bewegung so unterstellst, dass du sagst, jede Bewegung für mich, für meinen Körper, den maximalen Nutzen. Hört sich so banal an, aber da steckt schon ein bisschen was hinter. Oder auch, wenn man tatsächlich mal sich selbst so auch beobachtet, wie man Bewegung ausführt. Und dann machst du deinen Squat anders. Der heißt beim Nimmlein-Alignment-Squat. Und ich habe das wirklich erlebt, dass Teilnehmer, die aus dem Kraftsport kommen, aus ihres Squats immer gewohnt sind, mit Langhantel zu machen, nach vier Wiederholungen ganz stinknormale Squats, ohne Gewicht nicht angeschaut haben und alle Gesichtszüge entglitten sind, so nach dem Motto, wie viel Wiederholung jetzt machen wir denn noch. Ja, maximal noch vier, weil dann bist du am Limit. Und das macht das Training eben wirklich unglaublich effizient. Das, was du ja beschreibst, ich springe mal ganz kurz in eine Müh zurück. Du hast gesagt, dass jeder Körper irgendwo vielleicht seine Fehlhaltungen hat. Und ich nenne das immer so Kompensationsmuster. Wir sind ja an sich wie so Kompensationsmonster. Wir sind ja nicht darauf ausgelegt, okay, wenn ich jetzt mal umknicke, nehmen wir mal das Beispiel, dass ich mich hinlege und warte, bis das weggeht. Also das machen ja manche dann, sagen, okay, mir geht das weh, ich setze das jetzt erstmal aus. Schmerz kommt von alleine, Schmerz geht von alleine. Ja. Die Intention von Schmerz ist vielleicht eine andere, aber diese Kompensationen, die häufen sich vielleicht an. Wie so ein Kartenhaus. Du nimmst eine Karte weg, dann tut es meinem Knie weh, eine andere Karte weg und irgendwann fällt dieses gesamte Kartenhaus zusammen und dann hast du ja am Anfang gesagt, dann hat man vielleicht ein Leiden, eine Erkrankung, eine Versteifung oder irgendwo Schmerzen. Und dieses Abrufen von natürlichem Bewegungsmuster, darauf würde ich noch mal gern zurückgehen, zur Ontogenese. Ja. Das ist ein wichtiger Bestandteil. Ontogenese ist ja frühkindliche Entwicklung. Genau. Und ich finde das, also ich habe selbst keine Kinder, habe aber viele Jahre Kindersport gegeben. Zwischen ein bis drei, drei bis sechs Jahre und da fand ich das total aufregend. Du hast fünf Minuten Übungen gezeigt, die waren nach sieben Minuten komplett langweilig, haben die Kinder erstmal rumprobiert, was man machen kann. Dann hast du dich als Trainer und als Therapeuter inspirieren lassen. Und ich finde das so spannend, warum verlernen wir denn nur spielerisch unsere natürlichen Bewegungen? Weil dieser Squad, der wird sehr häufig ja genommen. Ein Kind kann super schön in die Hocke gehen. Ja. Die Proportionen bei einem kleinen Kind sind ja schon etwas anders als bei einem Erwachsenen. Natürlich. Also der Körperschwerpunkt aufgrund des Kopfes und Co. Ja. Aber woran liegt es? Warum degenerieren wir im Erwachsenenalter so daher? Also ich glaube, das hat tatsächlich auch was mit unserer Kultur zu tun. Also wenn du mal in andere Kulturen schaust, ist es selbstverständlich, dass Menschen sich auch im hohen Alter, in der Öffentlichkeit vielseitig bewegen. Wenn du so an China denkst, wenn die ihre Taishii-Bogen gemeinsam im Park machen oder da siehst du auch Parks mit ganz viel Outdoor-Geräten, wo wirklich Leute sich auch überhaupt nicht schämen, daran zu touren. Also bei uns in Eckernförde am Strand gibt es sowas auch, da siehst du nie einen Menschen dran, weil wir haben sofort Angst, uns zu blamieren. Du siehst auch keine Erwachsenen auf Bäume klettern, weil es könnte beobachtet werden, wenn es schief geht. Also ich glaube, es gibt nicht den Tag X, wo wir vergessen, uns wie Kinder zu bewegen, sondern es passiert einfach mit uns und wir machen es uns nicht bewusst. Also wenn du zum Beispiel dir Kinder anguckst, die gerade laufen gelernt haben, die gehen nie normal. Die hopsen, die laufen über Kreuz, die machen Quatsch, die haben gar keine Lust, normal zu gehen, weil sie das langweilig finden. Dann kommt der Zeitpunkt, wo wir in die Schule kommen, wo wir dann den Tag schon mit sehr viel Sitzen verbringen müssen. Ich glaube, ehrlich gesagt, das ist so ein bisschen der Anfang. Vorher haben wir nochmal einen ordentlichen Wachstumsschub gemacht, wo unsere Knochen noch einen Ticken schneller, als unsere Muskeln gewachsen sind. Und wenn wir da schon anfangen, bewegungsreduziert unterwegs zu sein, ist das tatsächlich so ein bisschen vielleicht so die erste Etappe in unserem Leben, wo wir etwas mehr schon in die Bewegungsarmut kommen. Und dann geht es natürlich so ein bisschen darum, wie ist der weitere Verlauf des Lebens? Vielleicht hat Kind dann irgendwie ein Hobby, was es fröhnt, wie Ballett oder Ballsport, Fußball oder was auch immer. und wird sich dann dahingehend vorzugsweise entwickeln. Und wenn es doof läuft, hat es eben keinen Sport als Hobby und da brauche ich nicht erleben, wie es weitergeht. Also wenn ich so auf mich, auf mein Leben zurückblicke, dann muss ich sagen, ich bin als Kind zum Beispiel wahnsinnig gerne auf Bäume geklettert. Bleiben wir ruhig mal dabei. Und ich habe überhaupt nicht den Moment so wahrgenommen, als ich es nicht mehr getan habe. Das ist mir eigentlich erst klar geworden, als ich meinen Autoparcours dann gebaut habe, dass ich tatsächlich gemerkt habe, ich habe da richtig Lust zu. Warum tue ich das eigentlich nicht? Aber diese vielen Jahre dazwischen, und es waren ungelogen, es waren 40 Jahre dazwischen, habe ich das überhaupt nicht vermisst. Es war mir gar nicht bewusst, dass ich es nicht mehr tue. Und ich glaube, so geht es uns allen. Also du siehst ja nun mal keine Erwachsenen, die hopsend sich von A nach B bewegen. Du siehst ja nicht mal einen Erwachsenen, der unmotiviert einfach aus purer Lebensfreude losrennt. Außer du musst noch einen Bus kriegen, du hast es irgendwie eilig, oder du joggst. Aber mal wirklich so völlig sinnfrei, einfach aus purer Freude loslaufen, das fällt uns nicht ein. Und ich möchte gerne wieder da so ein bisschen das mal in Frage stellen. Warum eigentlich nicht? Und das ist nämlich auch eine wirklich sehr schöne Bewegungserfahrung, die nicht nur ich selbst mache, sondern auch die Leute, die ihn praktizieren. Also wir jumpen sehr viel. Sehr kleine, elastisch federnde Jumps, die dann größer werden dürfen. Aber wir fangen da wirklich auch sehr behutsam an. Und da merkst du, dass vielen tatsächlich schon die koordinativen Fähigkeiten, mal einfach aus der Hocke nach oben zu springen, sich zu strecken und wieder zu landen. Du glaubst gar nicht, wie viele Menschen das ein Problem bereitet. Und zwar einfach deshalb, weil sie es nicht mehr tun. Und damit, du bist ja selber auch Faszientrainer, weißt du ja, brauche ich dir nicht zu sagen, wie viel Impulse wir auch uns für das fasziale Netzwerk dadurch nehmen, dass diese ganzen federnden, elastischen Bewegungen, die kommen auch weder in unserem Alltag noch in den meisten Sportarten vor. Ja. Ich glaube, das ist auch, also meine Mama ist Sportlehrerin und es gibt ja eine Zeit, wo dann quasi, ich sag mal so, rhythmische Gymnastik, federnde Bewegungen, die wurden ja dann erst mal eine ganze Zeit lang verpönt, bloß nicht federn. Und ich glaube, wir haben uns da vielleicht eine ganze Generation versaut. Also ich habe im Reha-Sport die Älteren, wenn wir dann angefangen haben, mal so ein bisschen zu bouncen, abgesehen davon, dass das Gebiss fast rausgefallen ist, dass die echt Schwierigkeiten haben und die Koordination, bin ich vollkommen bei dir, dass eventuell Sinnesorgane wie Vestibuläres Organ, unser Gleichgewichtsorgan, gar nicht mehr gewohnt ist, auf und ab sich zu bewegen. Auf einmal bewegen sich da Kristalle und die sagen, das ist das wirklich gar nicht mehr. Das wird mir verschwinden nicht und wir fallen so um. Das heißt nicht, dass sie dann gleich kaputt gehen. Aber wenn wir unseren Körper für die natürlichen Bewegung nicht mehr benutzen, so wie du es integrierst und aufbaust, regenerieren wir von vorn bis hinten. Genau. Und weißt du, Carsten, das Schlimme ist, wir merken das ja nicht mehr. Also ganz banal, wenn du meinetwegen unter Nackenverspannung leidest und du sollst jetzt während des Autofahrens den berühmten Schulterblick machen und du kannst das nicht, du kannst diese Kopfbewegung nicht ausführen. Was machst du denn? Du nimmst deine ganze Brustwirbelsäule mit und merkst du nicht mal, dass du das tust. Das ist dir nicht mal bewusst. Und so werden wir eigentlich immer mehr zu Bewegungsvermeidern. Das geht ja weiter. In unserer Küche ist der Kühlschrank weiter oben, damit wir uns nicht mehr bücken müssen. Gleiches gilt für den Backofen, damit wir nicht mehr runter müssen. Wir werden ja auch von der Industrie schon in die Bequemlichkeit geschickt und wenn wir das nicht bemerken, dann werden wir unser eigenes Bewegungsverhalten im Alltag auch immer mehr reduzieren. Dann gibt es den Staubsaugerroboter und was weiß ich, was noch für technisches Gerät im Haushalt, was uns unser Leben erleichtert, was uns aber auch tatsächlich in eine Bewegungsarmut bringt, ohne dass wir es merken. Und dann irgendwann merkt man dann vielleicht ganz zufällig, dass man sich die Schuhe gar nicht mehr zumachen kann, ohne den Fuß auf eine Erhöhung zu stellen oder ohne sich auf eine Treppenstube irgendwie zu setzen, um da runter zu kommen. So, aber wenn wir es merken, empfinden wir es nicht mal als Verlust, weil wir haben ja eine gute Lösung parat, wie wir dann halt eine Alternative finden. Es gibt ja inzwischen einen Schuhlöffel, die so lang sind. Zum Beispiel. Ich finde, Leute, die das Bewegungsmuster werfen, ist ja vielleicht mal einen Speer irgendwo hingeworfen, ein Tier oder eine Nuss, ein Bärchen für die vegetarischen Veganer. Aber da gibt es ja Apparate, das sehe ich immer im Park, wenn die mit einem Hund unterwegs sind, da gibt es irgendwie so einen langen Schuhlöffel, da vorne hängt der Ball dran, dann können die den so wegschleudern, das sieht schon total behindert aus. Dann brauchen die sich lieber mehr bücken, weil die direkt aus dem Stand, je nach Länge, direkt aufheben können. Dann schmeißen die eben wieder so verkrüppelt weg. Da überlegst du dir doch, wie soll die Person, angenommen, sie müsste sich mal was jagen, die würde ja verhungern. Das ist ein schönes Beispiel. Ja, ja, also ich glaube, da gibt es wirklich ganz viele Beispiele, wo man sich tatsächlich mal so auch selbst beobachten kann. Ich finde das immer ganz nett, sich auch mal neben sich zu stellen und mal zu gucken, was man eigentlich so treibt. Und das kannst du von bis weiter strecken. Also wir haben alle unsere Händigkeit. Du wirst immer die gleiche Hand nehmen, um im Schrank nach deiner Tasse zu greifen. Mach das mal mit der anderen Hand, fühlt sich schon komisch an. Was ich zum Beispiel auch öfter mache, ist einfach mal ausprobieren. Also wenn ich irgendwie mit dem Spaten im Garten aktiv bin, mach das mal mit der anderen Seite. Und das wird so, also das fühlt sich so komisch an und so falsch, aber ich weiß dann, oh, jetzt finden Verknüpfungen statt. In meinem Kopf, das ist Gehirnjogging, was ich hier gerade mache und das motiviert mich. Oder so banale Bewegungen wie Fegen oder so. Es ist echt interessant, einfach mal den Besen andersrum führen. Und dann kannst du weitergehen. Warum nicht mal, wenn du mit keinem Besen Kehrschaufel unterwegs bist, mal sagen, okay, jetzt fege ich mal mein ganzes Wohnzimmer durch. Da hast du ein super Workout. Also von bis ist vieles möglich. Lass uns zurückgehen zu den Ursprüngen von Nimm. Wir haben über Ontogenese gesprochen. Auch vielleicht für die Eltern. Ontogenese läuft nicht nach dem Kalender ab. Manche werden ja nervös nach einem Jahr. Oh Gott, der Fridolin, der läuft noch nicht und der Fritz, der wird schon, der rennt schon. Er wird erst mal trainiert. Lass uns mal die Ontogenese kurz verlassen und auf Spiraldynamik eingehen. Weil auch das ist ja ein Teil von deinem Konzept. Was ist Spiraldynamik? Also die Spirale ist ein natürliches Prinzip. Also Spiralen findest du überall. Zum Beispiel der Ton bewegt sich in Spiralen oder denk an einen Wasserstrudel oder eine rankende Pflanze. Und die Spirale, wenn du sie einfach mal so ganz losgelöst von Bewegung betrachtest, steht immer für maximale Stabilität, Elastizität auf minimalem Raum. Einfach mal so. Und der Dr. Christian Larsen, der das Prinzip der Spirale im menschlichen Körper mit Jolande Dewart in den 70er, Anfang 80er Jahre entdeckt und verfeinert hat, der hat dieses Spiralprinzip im menschlichen Körper entdeckt. Ich kann jetzt nicht genau sagen, ob er der Erste war, aber er war der Erste, der das mal so in unserer Evolution tatsächlich sich angeschaut hat. Also er hat sich einfach die Frage gestellt, warum beugt unser Ellenbogen nach vorne und das Knie nach hinten? Macht man sich ja nicht so viel Gedanken drüber. Diese Frage hat er sich während seines Medizinstudiums gestellt und hat seine Kollegen gefragt und keiner konnte ihm das sagen. Woher kommt das eigentlich? Warum ist das bei uns? Und die Lösung hat er dann in der Evolution gefunden, dass nämlich wir ursprünglich als Fische sind wir lateral unterwegs. Dann sind wir als Echsen an Land gekrochen und da hat sich die vordere Flosse zum Arm entwickelt und die hintere Flosse zum Bein. Und so konnten wir uns abstoßen und vorwärts bewegen und waren immer noch in der Lateralbewegung unterwegs. Und dann ging es weiter, dann kam die Entwicklung zum Säugetier und wenn du dir jetzt mal ein Pferd anschaust, was über die Prärie galoppiert, ist das eine Beuge Streckbewegung, die unsere Wirbelsäule eben auch hervorragend kann, Flexion, Extension. Und wir als Menschen dann schließlich haben den Kreuzgang dazu bekommen. Und wir sind übrigens das einzig aufrechtgehende Lebewesen. Also viele denken immer, Affen tun das auch. Nein, stimmt nicht. Die sind überwiegend tatsächlich auf allen Vieren unterwegs. Und wenn sie aufrecht gehen, dann tun sie das im Passgang. Aber wir gehen im Kreuzgang. Das heißt, es ist in unserer Wirbelsäule eine spiralige Verschraubung, die mit jedem Schritt stattfindet. rechtes Bein, linker Arm. Und wenn du jetzt weiter in die Tiefe gehst und dir mal unsere Knochen anschaust, ist jeder Knochen in sich spiralig gedreht. Unser Fuß hat einen optimalen Fall, eine spiralige, in sich gedrehte, spiralige Verschraubung. Und das ist unser Längs- und unser Quergewölbe. Und das Gewölbeprinzip übrigens, das gehört auch zur Spiraldynamik. Das hat unsere Hand genauso, also wirkt sich auch auf unser Stützmuster aus. Und wenn wir unseren Körper jetzt tatsächlich in allen Strukturen gemäß den Gesetzen der Spiraldynamik einrichten, dann sind wir wirklich im Alignment. Also fürs Schultergelenk zum Beispiel bedeutet das, das Schultergelenk ist zentriert in der Außenrotation. Und wenn du das mal machst, das Schultergelenk tatsächlich nach hinten unten drehst, wird deine Ellenbeuge nach vorne zeigen. Und dann wird deine Handfläche ebenfalls nach vorne zeigen. Und jetzt haben wir was ganz Wunderbares. Ich zeige das mal für diejenigen, die uns auch sehen können. Wenn du jetzt die Ellenbogeninseite nach oben zeigen lässt und die Handfläche, jetzt dreh mal deinen Unterarm nach innen in die Pronation. Also ich würde aufpassen für die Zuschauer und Zuhörer in die Innenrotation, nach innen. In die Innenrotation, Pronation ist mal, als würde ich ein Brot festhalten. Und so viel als würde ich Suppe essen. Also kann man so gleich die Leute so ein bisschen Also die Brot-Nation. Sehr schön. Genau. Also du drehst einfach deinen Unterarm jetzt mal nach innen, ohne dass im Schultergelenk sich was verändert, dass du da die Außenrotation wegnimmst. Und das ist phänomenal. Da dreht sich nämlich deine Speiche um die Elle herum. Das ist eine spiralige Verschraubung. Diese Fähigkeit haben wir, weil unser Ellenbogen, der könnte ja eigentlich nur beugen und strecken. Mehr kann der nicht. Aber dadurch, dass wir diese spiralige Verschraubungsmöglichkeit im Unterarm haben, haben wir im Ellenbogengelenk eine Bewegungsmöglichkeit ähnlich eines Kugelgelenkes. Und das ist ganz fantastisch. Und sowas muss man sich natürlich zunutze machen. Und so ist tatsächlich Christian Larsen den ganzen Körper durchgegangen und hat geschaut, wo sind Spiralen, also erst mal die Knochen, aber auch in der Bewegung. Das Gehen, Kreuzgang, unser Becken, beschreibt eine spiralige rückwärtslaufende Acht. Ja, unsere Beinachsen sind idealerweise in Spiralen ausgerichtet. Unser Hüftgelenk im Stand jetzt zum Beispiel in der Außenrotation der Unterschenkel in der Innenrotation, Fersenbein Außenrotation, Vorderfuß Innenrotation. Und so wechselt sich immer ab. Genau. Und wenn wir uns so einrichten und das tun wir eben genau im Alignment, dann hast du wirklich auch zum Beispiel in Einbeinposition maximale Stabilität im Standbein. Das hat aber zeitgleich nicht was mit Anspannung zu tun. Jetzt könnte ich ja sagen, okay, jetzt gehe ich in Einbeinstand und spann einfach alles an. Nein, das ist es definitiv nicht. Und jetzt schau dir nochmal an, jemanden, der X- oder O-Beine hat, dem fehlt die spiralige Verschraubung im Bein. Das heißt, du kannst mit dem wieder ganz systematisch arbeiten und ihn in die richtige Beinachsenausrichtung schicken. Und das trainierst du dann mit ihm und da sind wir zum Beispiel wieder bei den Squats. Wenn du dann tatsächlich mal gemäß des NIM-Trainings die Alignment-Squats machst, hast du ein Beinachsentraining, was dich wieder in die spiralige Verschraubung bringt. Also eine Korrektur, wenn du so möchtest. Ja. Diese Acht, die das Becken schreibt, wenn du gehst, das ist ja etwas, was wir zum Beispiel in der Ganganalyse uns anschauen. Bewegt sich das Becken noch oder ist es einfach nur ein Auf und Ab oder ein Vor zur Seite, verdreht es sich? Genau. Du hast doch eine dritte Sache ins NIM-Konzept mit eingekrießen lassen und das ist Faszien. Ja. Kannst du kurz darauf eingehen? Was sind Faszien? Es gibt bestimmt auch den einen, der noch nichts davon gehört hat. Ja, klar. Faszien, also grob betrachtet, sind sie in unserem Bindegewebe. Früher wurden sie als Füllmaterial gesehen, damit wir keine Löcher im Körper haben. Heute wissen wir, dass sowohl unsere Muskeln von Faszien umhüllt sind, von Bindegewebe als auch unsere Organe, die Aufhängung der Organe sind fasziale Strukturen. Dann zählen auch Bänder, Sehnen zu Faszien. Also alles, was irgendwie elastisch ist, könntest du dazu zählen. Was wirklich interessant ist, ist eigentlich die Beschaffenheit und die Zusammenhänge. Also wir wissen, dass wir in unserem Körper ein fasziales Netzwerk haben. Also wirklich, wenn du unter der Haut mit dir das fasziale Netzwerk anschaust, dann ist es wie ein Bodysuit, der dich von Kopf bis Fuß zusammenhält und dass dieses fasziale Netzwerk auch miteinander kommuniziert. Das heißt, du setzt einen Impuls am Fuß, wir sind wieder beim Federn und das könnte Auswirkungen haben auf deinen Verspannungskopfschmerz zum Beispiel. Und Faszien sind unglaublich anpassungsfähig. Dieses Bindegewebe, je nachdem, an welcher Stelle wir am Körper sind, kann es stabilisieren oder aber auch elastisch sein und Bewegung zulassen. Und wir müssen uns das so vorstellen, dass wir in ganz vielen Schichten aufgebaut sind und auch in Faszien Geschichten und Schichten und wenn wir uns bewegen, müssen diese Schichten ja irgendwie aneinander vorbeigleiten können. Und wenn Faszien jetzt nicht gut durchfeuchtet werden, also sie bestehen, ich glaube beim Kind 85% aus Wasser, bei mir wahrscheinlich nur noch 70%, bestehen überwiegend aus Wasser und brauchen ganz viel Anregung, um auch gut durchfeuchtet zu sein und damit elastisch zu sein. Und wenn sie das nicht sind, also entweder durch Bewegungsmangel oder auch durch zu viel einseitige Bewegung, dann dehydrieren sie, dann wird Wasser entzogen, rausgedrückt lediglich und was übrig bleibt, das sieht dann tatsächlich unter Mikroskop aus wie Filz. Heißer Wollpulli. Ja, genau. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, da sind also ganz viele Schichten in unserem Körper, die einfach nur bei einer Drehung aneinander vorbeigleiten müssen, damit wir diese Bewegung ausführen können. Und du stellst dir vor, eine Schicht ist jetzt gewollfelt und die andere Schicht ist elastisch, ein elastischer, schöner, gleitender Stoff, dann kann man sich vorstellen, das läuft nicht richtig gut zwischen den beiden, also da entsteht Reibung und diese Reibung verhindert, dass wir die Bewegung dann auch tatsächlich in der, wir sagen, Range of Motion mit dem Bewegungsradius ausführen können, wie wir es vielleicht möchten. Und wir kommen wieder aufs Thema Bewegungsarmut. Bewegung, die wir nicht ausführen können, werden wir vermeiden und dafür in die Kompensationsmuster Schublade greifen und irgendwas anderes dafür machen. Wie hast du das jetzt alles kombiniert? Das brennt sich jetzt natürlich bei mir im Kopf. Du hast einmal Spiraldynamik, Ontogenese, frühkindliche Entwicklung und Faszien in 52 Übungen gepackt. Ja. Wie bist du auf die 52 Übungen gekommen? Also warum nicht 30 oder warum nicht 100? Naja, also ich wusste ja, was ich wieder am Bewegungsrepertoire haben möchte. Woran hast du dich da orientiert? Also welches Bewegungsrepertoire ist dir bei dir selbst und bei deinen Klienten wichtig? Das der frühkindlichen Motorik. Also tatsächlich von oben nach unten kommen, hüpfen zu können, klettern zu können, ja, also wenn du Kinder beobachtest, wie emsig, wie eifrig die sind, bis sie dann endlich auf den Tisch nach oben geklettert sind und so diese ganzen Fähigkeiten, die wir eigentlich als kleine Kinder mal hatten und die wirklich wieder zu gewinnen und da für mich ist das Rennen, für mich ist das Klettern, für mich ist das nicht hinsetzen können, wieder aufstehen können, also es ist einfach das Bewegungsrepertoire, was Mensch eigentlich entspricht, ohne technisches Gerät, ja, also das ist ganz wichtig, weil du könntest ja sagen, ja, wir können ja auch Berge hochklettern und haben da Möglichkeiten mit technischen Geräten hinzukommen und so, also für mich ist dieses wirklich ganz puristische, was unser Körper kann und vielleicht sagst du, da gehört auch für dich ein Handstand dazu, also das kann ja jeder für sich selbst entscheiden, dann bringe ich dir mit einem bei, wie du den Handstand dann auch physiologisch so machst, dass es deinem Körper gut tut, ohne dass ich den jetzt vielleicht selber kann, ich könnte dich auch unterstützen, wenn du Bewegungsansprüche für dich selbst hast, was du gerne können möchtest, aber für mich gibt es eben 28 basic Übungen, die wirklich für Reha-Sportler, sportliche Anfänger, Senioren vielleicht mehr geeignet sind und 24 einem Advanced Übungen, die dann schon auch echt knackig sind und Nimm ist eigentlich ein Baukassensystem, das diese 52 Übungen da und pickst dir raus, je nachdem, was du für ein Workout stricken möchtest, ob du in die Kraft Ausdauer gehen möchtest, ob du mehr in die Beweglichkeit gehen möchtest, ob du sagst, heute lerne ich mal mehr Stützkraft Training oder ich möchte in ein gezieltes Rückentraining gehen, pickst du dir deine Übungen raus, aber es steht immer in jeder einem Trainingseinheit die Vielfalt auf dem Vordergrund. Also du machst niemals nur ein Workout für den Bauch zum Beispiel, sondern du würdest dann immer auch ein entsprechendes Krafttraining für den Rücken machen und auch die Wirbelsäule wieder in die Mobilisierung bringen. Also das ist immer miteinander verknüpft. Du hast nie ein ein einseitiges Training, wo du irgendwie nur eine Muskelgruppe trainierst. Das entspricht nicht dem Prinzip. Aber sind ja letztendlich auch Bewegungsmuster sind ja eh nicht einseitig. Also würde ich jetzt eine tiefe Hocke, eine Kniebeuge machen, habe ich immer eine Kuppkontraktion oder eine Ansteuerung von verschiedenen Gelenken oder nehmen wir mal an, ich gehe laufen oder wir steigern das, ich sprinte. Sprint ist schon in meinen Augen eine sehr fortgeschrittene Bewegung. Ja. Aber Ist tatsächlich, also wir haben selten mal irgendwie Unfälle, aber wenn mal was passiert, dann definitiv beim Sprinten. Und ich finde das erschreckend, weil wir es einfach koordinativ nicht mehr hinbekommen, einfach mal loszurennen. Man sieht es, ich finde das als, ich habe immer ein bisschen Zeit auf dem Bahnhof verbracht, als Sporttherapeut, wenn du zur Fortbildung gefahren bist, und dann hast du gesehen, ah, da kommt ein Zug etwas später, jetzt müssen die Leute rennen. Und da kannst du intern so ein bisschen wie eine Wette abschließen, da fliegt bestimmt gleich die Patella raus, also die Kniescheibe, oh, der knickt gleich um, der fällt gleich ins Gleisbett. Also, wenn du die Leute sprinten siehst, dann siehst du, okay, da ist die Funktion, die Bewegung in irgendeiner Form nicht ganz sauber. Ja, genau. Also könnt ihr ja mal austesten, dann dürft ihr euch Zeit widmen, eurem Körper mal etwas Pflege zu geben. Und seid mal selber auch überrascht, wie lange ihr braucht, um dann von 0 auf 100 mal zu kommen und wie langsam sich das anfühlt und auch wahrscheinlich ist. Ich bin auch nicht mehr so schnell wie früher. Also die Exklusivkraft, die lässt ja auch echt im Alter nach. Also die trainieren wir bei Nimm eben auch mit den Jumps. Und da kann man wirklich für sich selber auch ganz erschreckende Erkenntnisse gewinnen, dass man da wirklich ganz schön abbaut. Wir haben jetzt quasi über dein Konzept gesprochen, was alles mit einfließt. Und das finde ich sehr viel wert, dass die Zuschauer und Zuhörer auch mal ein paar Eindrücke, Spiraldynamik, Faszien und Co. Was ist das überhaupt? Vielleicht ist ja auch jemand gerade, der zuschaut und zuhört, der sagt, ja, Bewegung könnte ich mal etwas mehr machen. Wenn jetzt jemand sagt, du, ich möchte Nimm trainieren, welche Möglichkeit habe ich denn? Wo hast du deinen Sitz? Beziehungsweise gibt es noch mehr von dir? Gibt es schon welche in anderen Städten unterwegs, die Nimm anbieten? Ja, also es gibt mittlerweile ungefähr 40 Nimm-Trainer im Basic-Bereich, also die Ausbildung, die Nimm-Ausbildung, die biete ich zurzeit für die IFA, die Meridian Academy und die Dumpsoft Academy an, die hier in Eckernförde sitzt. Meridian Academy habe ich bisher nur in Hamburg geschult und IFA sitzt in Schwetzing, da bin ich also im Heidelberger Raum unterwegs und es gibt erst acht Nimm-Advance-Trainer, die in Hamburg und hier bei mir im Studio ausgebildet worden sind und also man kann auch tatsächlich sich mit Trainern zusammentun und oder auch offline und sagen Mensch, die Christiane, die soll mal zu uns kommen und dann gebe ich eine Ausbildung. Das ist also durchaus möglich und diese 40 Trainer, die sind auch mehr oder weniger aktiv, also in Lübeck gibt es zum Beispiel bei Work of Balance, da wird Nimm schon unterrichtet, in Hamburg auch, also es gibt einige, die da tatsächlich schon Nimm-Kurse anbieten oder zumindest, wenn sie jetzt zum Beispiel vorher einen Pilates-Unterricht gegeben haben, die Nimm dann in ihre Pilates-Stunden mit einfließen lassen, also da gibt es erst wenige Trainer, aber da hoffe ich natürlich, dass das dann auch zeitnah mehr werden und dann hast du auf YouTube die Möglichkeit, da habe ich Workouts reingestellt, ziemlich viele, also sowohl für Anfänger als auch für den fortgeschrittenen Level. Jetzt, das ist so ein bisschen mein Geschenk während der Corona-Zeit, weil im Moment ja auch alle Ausbildungen alles jetzt auf Eis erst mal liegt, okay, dann können die Leute wenigstens so zu Hause was für sich tun und ich plane aber tatsächlich ab Juni die Online-Academy, wo du dann auch tatsächlich ganz gezielt für deine Bedürfnisse dich mit entsprechendem Filmmaterial versorgen kannst. Ja, und dann habe ich ja mein Buch geschrieben Beweglich wie ein Kind. Das kann ich einmal kurz vielleicht hochhalten. Da hat man alle Übungen drin, alle 52 ein Wortbild und zum Teil auch sogar mit QA-Filmen hinterlegt. Ja, das sind so, dann bin ich ziemlich, wenn es dann wieder richtig losgeht, natürlich auf Sportconventions findet man mich und du weißt, du, also ich bin ja noch nicht so Fame, man kann mich auch einfach anmailen oder anrufen und mit mir sprechen und dann kriegt man auch Infos von mir. Cool, also finden die Leute natürlich auch alles in den Shownotes, in den Videobox, da könnt ihr, da verlinke ich euch dann den YouTube-Kanal, könnt ihr euch die Videos direkt anschauen. Nicht nur anschauen, weil meistens funktioniert das viel besser, wenn man es mitmacht. Ja, unbedingt. Und da auch nicht, ja, und da muss man auch muss ich nochmal sagen, bei Nimm auch ein bisschen geduldig mit sich sein, weil so dieses anfängliche Einrichten im Alignment, das werdet ihr dann auch wirklich in jedem Film geht das und du kommst erstmal an und deine Füße stehen und du machst dieses und jenes und irgendwann, wenn du dir fünf Filme angeguckt hast, dann denkst du vielleicht, mein Gott, jetzt weiß ich ja, wie es geht, aber dieses Eingangsritual, ich nenne das Coming-in, das hat durchaus seine Berechtigung, also selbst Leute, die jetzt schon ganz lange bei mir trainieren und sehr fortgeschritten sind, die sagen, also sie möchten das unbedingt, weil es ist so toll, diese zwei Minuten, die man sich da wirklich Zeit nimmt zum Ankommen, die Gelenke richtig einrichten, die Atmung dazu zu nehmen, wie es beim Nimm essentiell, du trainierst wirklich in deinem Atemrhythmus, der dir entspricht, die Chormuskulatur zu aktivieren und so weiter, das ist so ein wichtiger Moment, der A bringt er dich erst mal zu dir in dein parasympathisches Nervensystem, das was wirklich jeglichen Stress von dir abfallen lässt und dich in die entspannte Phase bringt und B lässt es dich wirklich alle Gedanken aus dem Alltag, die dich vielleicht Stressen, Nerven, worüber du dich geärgert hast oder so, wirklich auch eine Art Akter legen und du bist ganz bei dir im Gespür mit seinem Körper und das ist ganz wichtig bei Nimm, dieses Körperbewusstsein, dass du wirklich auch merkst, Bewegung fühlt sich gut an und tut mir auch gut und dann auch entsprechend aus deinem Training rausgehst, also aus Nimm-Training sollst du wirklich kraftvoll energiegeladen und elastisch federnd gehen und nicht erschöpft. Wir leisten zwar viel im Training, es darf fordernd sein, aber die Dosis macht es letztendlich und es ist nicht das Ziel, dass du am nächsten Tag Muskelkater hast und dich völlig erschöpft fühlst und eigentlich keine Lust mehr hast, irgendetwas Körperliches zu tun. Ja. Also ich glaube, die Leute, nehmt bitte mit Christiane entsprechend Kontakt auf, schaut euch mal an, ob es sowas bei euch schon mal gibt. Das Buch kann ich sehr empfehlen, also wirklich voll bepackt mit Übungen, die Erklärung finde ich wirklich auch, wenn ich aus dem Sportkontext komme, schlüssig, die versteht auch jeder, der nicht aus dem Sportbereich kommt, also da auch immer super formuliert. Ich mag sowas Methodisches, Aufgebautes. Übungen, das ist mir auch wichtig, das ist mir auch wichtig, also das merkst du auch, wie ich auch in den Videos spreche und so, ich spreche nicht für Sportwissenschaftler, ja, sondern ich spreche für die Menschen, die, mit denen ich zusammen trainieren möchte und so bilde ich übrigens auch aus, ne, also ich habe auch in meinen Ausbildungen viele Physiotherapeuten und so und es geht wirklich nicht darum, uns gegenseitig mit Fachbegriffen irgendwie zu erschlagen, sondern es geht darum, zu lernen, wie wir mit Menschen, die vielleicht überhaupt noch keine sportliche Erfahrung haben, arbeiten und wie wir denen Bewegung vermitteln und das ist, glaube ich, tatsächlich, was ich auch allen nochmal so mitgeben möchte, die sich vielleicht mit dem Gedankenspiel, jetzt mit dem Gedankenspiel eine Nimm-Trainer-Ausbildung zu machen, ich möchte wirklich vermitteln, wie du Bewegung gut anleitest, sodass auch der sportliche Laie das umsetzen kann und weiß, was du eigentlich meinst, was du von ihm willst, ohne, dass du ihn mit irgendeinem Fachvokabular erschlägst und ihm damit auch die Motivation nimmst, natürlich, ne? Ja. Christiane, ich glaube, wir haben einen großen Kreis ums Nimm-Konzept, um die Nimm-Methodik gesponnen. Deine Chance, jetzt noch drei Tipps an die Zuschauer und Zuhörer zu geben, was du ihm, kann Bewegung bedingt sein, kann aber auch komplett was anderes sein, drei Tipps, die du ihm gern mitgeben möchtest, um ein gesünderes Leben zu führen. Ja, dich selbst mal beobachten, zu schauen, wo vermeidest du vielleicht Bewegung und bist dir dessen noch gar nicht bewusst, das wäre so mein erster Tipp. dass der zweite wäre, dann in die Aktivität zu kommen und zu sagen, ach Mensch, ich bin hier gerade unten am Boden, was könnte ich da denn sonst noch so erledigen, zum Beispiel, ne? Also einfach auch mal im Alltag deinen Alltag bewegungsfreudig gestalten. Also ich denke da immer, Nimm ist already move, ne? Also immer, immer bereit sein, always ready to move, Entschuldigung, ich habe mich gerade total verhasstelt, also immer bereit sein für Bewegung, das wollte ich dir mitgeben und das Nächste ist, mal Bewegung genießen. Also Bewegung ist einfach auch was ganz Wunderbares und kann sich ganz schön anfühlen und gerade für alle, die vielleicht mit Schmerzen zu tun haben, die werden sich jetzt vielleicht besonders angesprochen fühlen, denn da ist oft Bewegung gar nicht mehr mit Genuss verbunden. und da wieder hinkommen, dass es wirklich was Schönes ist und du bewegungsfreudig bist. Schön, also ich glaube, auch gerade die Schmerzpatienten, ich habe auch andere Podcast-Folgen, wo wir das Thema Schmerz mal etwas genauer behandeln, wo kommt das her, was will der Schmerz uns sagen, aus verschiedenen Perspektiven. Christiane, ich danke dir für deine Zeit, für deine Expertise, für dein Herantreiben, auch das Entwickeln des Konzeptes, weil das macht den Gesundheitsmarkt so lebendig und so frisch, dass da immer wieder ein neuer Wind reinkommt. Ja. Und an die Zuschauer und Zuhörer auch vielen lieben Dank wieder fürs Einschalten. Nehmt, wie gesagt, gerne Kontakt mit Christiane auf, schaut in die Shownotes, guckt euch die Videos an, macht es mit, spürt rein und teilt das Video und teilt das Video in den Podcast, sodass halt noch mehr Menschen von dem Konzept erfahren und entsprechend, ja, Gesundheit noch mehr verbreitet wird. Christiane, vielen, vielen lieben Dank. Danke dir, Carsten, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, wir schauen. Ja, ihr seht übrigens auch im Hintergrund, Christiane, ihr Studio, wo sie gerade sitzt, also für die gerade zuschauen, also vielleicht findest du ja den Weg dort hin. Bis bald. Okay, Dankeschön, Tschüss. Hi und vielen lieben Dank für dein Vertrauen und deine kostbare Zeit. Mit dem Podcast von Functional Basics schiebe ich meine Gesundheitsrevolution Gesundheit ist für alle da weiter an. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann bewerte meinen Podcast gerne bei iTunes. Du hast kein iTunes? Kein Problem. Mach ein Screenshot vom Podcast und teile diesen gern in Social Media, wie zum Beispiel Instagram und verlinke mich mit at Functional.basics und nutze den Hashtag Gesundheit ist für alle da. Teile gerne den Podcast und Gesundheit mit deinen Freunden und Bekannten. Warum? Gesundheit ist für alle da. Du hast Anregungen für weitere Folgen oder Fragen? Dann schreibe gern an info at Functional-basics.de mit dem Betreff Podcast und ich melde mich sehr gerne bei dir zurück. Du wünschst dir mehr Gesundheit, Lebensqualität und Performance im Beruf und Leben? Dann unterstütze ich dich als Coach sehr gerne. In den Show Notes findest du einen Link, wo du dein kostenfreies Beratungsgespräch mit mir vereinbaren kannst. Du bist Unternehmer, möchtest mehr über die Gesundheit und Performance für deine Mitarbeiter erfahren oder organisierst Events? Als Speaker und Trainer gestalte ich für dich interaktive und abwechslungsreiche Seminare, Workshops und Vorträge rund um artgerechte Gesundheit und Performance. Du möchtest von zu Hause mehr über deine Functional Basics erfahren? Dann melde dich für meinen kostenfreien Functional Basics Guide an und erhalte noch mehr Einblicke in die Welt natürlicher, artgerechter Gesundheit und Performance. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Dein Carsten